Viele Grüße aus der Fitnessmanufaktur Bodycross. Im heutigen Tutorial wollen wir euch kurz zeigen, wie baut ihr unseren Spacer, quasi die Abstandsstange zwischen den zwei Sling-Trainerseilen, richtig ein bzw. wieder aus. Grundsätzlich im eingebauten Zustand dient er dazu, die zwei Seile auseinanderzuhalten, um eine weitere Achse im Training einzubauen. Der gewünschte Wackeleffekt. Ihr bekommt grundsätzlich die Seile extra geliefert und optional diesen Spacer. Der Spacer wird ganz einfach an das Seil angelegt, in das Seil eingeklemmt und durch die mitgelieberte Flügelschraube einfach gesichert, dass ein Rutschen nach außen nicht mehr möglich ist. Achtet bitte immer darauf, dass er im oberen Bereich des Schlingentrainers bleibt, dass er gerade bzw. horizontal ausgerichtet ist. Viel Spaß beim Training! Viemlich! 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 Vielen Dank.